ja das ist die lampe von unten drunter ja von oben sieht die so aus siehst du das das heißt wenn es aufs dach regnet dann plätschert das hier drunter und zurück und kommt dann hier drauf und wird dann auch nicht also ich denke wir wollen das mal zu machen da oben ja irgendwie sollte das okay jetzt muss ich erst mal wieder hier raus na gut